hallo liebe 96 fans wir melden uns heute mal wieder bei euch von der mehrkampfanlage und das nicht nur weil die sonne so herrlich scheint sondern weil linton meiner heute erstmals wieder integrativ mit unserer mannschaft trainiert hat und auch hendrik weidern ist nach seiner zweiwöchigen ausfallzeit heute wieder mit von der partie gewesen ja und was der linter nach seiner arthroskopie am knie heute schon wieder alles mitmachen konnte und vor allen dingen wie es ihm geht das erfahrt ihr jetzt hier bei uns ja war ganz gut ein bisschen integrativ trainiert was ich mir mitgemacht am anfang zum ende hin dann noch ein paar läufe gemacht ja war für mich sehr gut das wichtigste ist da ich nicht gemerkt habe und ja die luft wird ja mit der zeit kommen hat er doch schon ziemlich lang gedauert und schon was anderes nur mit denen draußen zu sein ich war ja ich denke das wird genauso weitergehen dass ich mich langsam herantaste und dann wenn das knie hält und alles gut soweit ist die beine dann denke ich dass ich schritt schritt für schritt immer weiter herangeführt werde und immer mehr machen herr 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 Bis zum nächsten Mal.